Ich schließe die Beratung zu Tagesordnungspunkt 3 und rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 19-5478, mit dem Thema Cannabis legalisieren, Drogenpolitik neu ausrichten. Bevor ich Herrn Kollegen Lammler für die antragstellende Piratenfraktion das Wort erteile, darf ich wiederum sehr herzlich bitten, meine Damen und Herren, dass die Kollegen, die den Plenarsaal jetzt verlassen, das möglichst geräuschlos tun, damit wir konzentriert in der Debatte fortfahren können. Dies vorausgeschickt, Herr Kollege Lammler, erteile ich Ihnen das Wort und darf Sie bitten, ans Rednerpult zu kommen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer hier auf der Tribüne und zu Hause, kurze Frage an Sie vorab, wer von Ihnen hat noch nie im Leben Cannabis konsumiert? Ganz kurzes Zeichen, das sind jetzt nicht so viele. Vielen Dank für das eindeutige Statement. Meine Damen und Herren, verzeihen Sie mir bitte diesen Anfang, aber ich hoffe, ich habe jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, die deutsche Drogenpolitik setzt seit ca. 40 Jahren fast ausschließlich auf das Mittel der Prohibition und verfolgt damit das unrealistische Ziel einer drogenfreien Gesellschaft. Das geringe Sucht- und gesundheitsgefährdende Cannabis bleibt verboten, während zugleich wesentlich gefährlichere Substanzen wie Alkohol und Tabak als Gesellschaftsdroge ganz normal akzeptiert werden. Es wird an Gesetzen festgehalten, die wenig wirkungsvollen Jugendschutz bieten. Es wird an Gesetzen festgehalten, die die tatsächliche Gefährlichkeit von Cannabis falsch bewerten. Es wird an Gesetzen festgehalten, die Polizei und Gerichte überlasten, sowie die Bürger Jahr für Jahr Millionen an wirkungslos eingesetzten Steuergeldern kosten. Erst am 20. Januar dieses Jahres wurde im Bundestag eine Petition mit schwarz-roter Mehrheit abgelehnt, die die Legalisierung von Cannabis forderte. Damit ist wieder einmal eine historische Chance vergeben worden, diese unsinnige Regelung zu korrigieren. Vier Jahre hat die Bearbeitung dieser Petition gedauert. Und zwischenzeitlich wurden 20 Mehrfachpetitionen zu diesem Thema eingereicht. Aktuell laufen wieder einmal mehrere Petitionen, die sich für die Entkriminalisierung von Cannabis einsetzen. Unter anderem haben die Piraten aus Köln, Dortmund und Münster solche Petitionen gestellt. Meine Damen und Herren, gleichzeitig fordern 122 Strafrechtsprofessorinnen und Professoren vom Deutschen Bundestag die Einrichtung einer Enquete-Kommission zum Thema erwünschte und unbeabsichtigte Folgen des geltenden Drogenstrafrechts. Rechtswissenschaftler, absolute Fachleute bezeichnen in dieser Resolution den Zweck der Verbots- und Strafkultur als systematisch verfehlt. Systematisch verfehlt, das muss man sich mal einfach anhören. Diese Verbote mit ihren Folgen seien schädlich für die Gesellschaft, die Konsumierenden sowie unverhältnismäßig kostspielig. Die Piratenpartei steht für eine repressionsfreie Drogenpolitik und will ein Ende dieser gescheiterten Straf- und Verbotspolitik, meine Damen und Herren. Wir lehnen die heutige wissenschaftlich nicht haltbare Unterscheidung in legale und illegale Stoffe ab und fordern die objektive Bewertung und Handhabung aller psychoaktiven Substanzen alleine anhand ihres Gefährdepotenzials. Die derzeitige, nicht faktenbasierte Bevormundung Erwachsener beim verantwortungsvollen Umgang mit Rausch- und Genussmitteln widerspricht der Grundüberzeugung der Piraten und unserem Verständnis einer mündigen Gesellschaft. Die bisherige Kriminalisierung der Konsumenten muss beendet werden und der damit verbundene Schwarzhandel durch kontrollierte Erwerbstrukturen ersetzt werden. Dem gegenüber muss Prävention ehrlich und sachlich sein, um nachhaltig überzeugen zu können. Alle Beteiligten und Betroffenen müssen zur Gestaltung ideologiefreier und realitätsorientierter Konzepte einbezogen werden. Wir fordern als Sofortmaßnahme die Anhebung der geringen Menge zum Eigengebrauch auf 30 Gramm. Und das können wir hier in NRW jetzt schon tun. Wir sollten auch darüber nachdenken, die Eigengebrauchsmängel sukzessive anzuheben, von 30 auf 50, von 50 auf 100, also auf die maximal vom BGH zugelassene Menge. Meine Damen und Herren, die Berichterstattung in den letzten Wochen, Sie lesen ja alle Zeitungen, zum Thema Legalisierung von Cannabis nimmt zu. Sowohl die Lokalzeitung als auch die überregionale Presse wie die SZ oder die FAZ sind nur so gespickt mit diesen Artikeln. Und das ist auch kein Wunder, der gesellschaftliche Diskurs über die Cannabis-Legalisierung ist in anderen Ländern bereits weiter fortgeschritten. So hat sich die Straf- und Verbotspolitik in Uruguay, in mehreren Bundesstaaten der USA, in den Niederlanden, in Tschechien, in Portugal gewandelt. In den USA, das müssen Sie sich mal reinziehen, ja, dem Law-and-Order-Staat schlechthin. Und, meine Damen und Herren, erkennen Sie eigentlich die Zeichen der Zeit? Ich bin mir nicht sicher, aber lassen Sie uns mit dieser widersinnigen Verbotspolitik endlich Schluss machen. Es ist Zeit, die Drogenpolitik neu auszurichten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege. Danke. Für die SPD-Fraktion hat Frau Abgeordnete Waden das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren und sehr geehrte Gäste auf der Besuchertribüne. Wir haben gerade den Antrag und die Begründung von Herrn Kollegen Lammler gehört, zum Antrag der Piratenfraktion mit dem Ziel, die Drogenpolitik auf eine Legalisierung von Cannabis und damit Straffreiheit neu auszurichten. Die Fraktion der Piraten begründet den Antrag unter anderem damit, eine Drogenpolitik, die sich rein auf Verbot und Strafverfolgung konzentriere, sei nicht mehr zeitgemäß. Und Sie, Herr Kollege Lammler, haben dazu ja auch gerade gesprochen. In der vergangenen Woche haben wir uns im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit dem ersten Monitoring der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe in NRW befasst. Dieser Bericht veröffentlicht erstmals einrichtungs- und betreuungsbezogene Daten von 169 ambulanten Sucht- und Drogenhilfe-Einrichtungen in ganz NRW. Und dieser Bericht zeigt auf, und das hat die Ministerin Steffens auch im Statement deutlich gemacht, dass es zum Thema Sucht keine Entwarnung gibt. Wir sind hier gefordert, uns als Politik vertieft mit den verschiedenen Aspekten und Ursachen und Auswirkungen des Gebrauchs der unterschiedlichen Suchtmittel zu befassen. Und eines ist dabei deutlich zu sagen. Cannabis ist nach wie vor Einstiegsdroge und löst neben psychischer Abhängigkeit auch physische Schäden aus. So wurden laut dem oben genannten Bericht im Jahre 2012 rund 10.000 Personen mit der Hauptdiagnose Cannabis in der Beratung dokumentiert. Und das entspricht immerhin 12 Prozent aller Beratungen im Suchthilfesystem von Nordrhein-Westfalen. Mit dem Konsum werden durchschnittlich im Alter von 15,4 Jahren, das ist deutlich unter 16, also noch vor Vollendung des 16. Lebensjahres begonnen. Und durchschnittlich nach 1,5 Jahren kann man feststellen, dass sich auch erste Suchtprobleme entwickeln. Und dabei fällt auf, je geringer das Alter beim Einstieg ist, desto geringer der zeitliche Abstand zwischen Erstkonsum und Beginn von Störungen. Diese Zahlen halten wir für besorgniserregend. Und aus diesem Grunde werden wir uns Ihrem Vorschlag zur Legalisierung dieser Einstiegsdroge Cannabis nicht anschließen. Wir werden mit Bezug zum schon angesprochenen Monitoring prüfen, wie wir mit Blick auf die Präventions- und Hilfestrukturen in Nordrhein-Westfalen zielgruppenspezifische und niedrigschwellige Angebote stärken und das Landessuchtprogramm weiterentwickeln können. Hierzu hatte das Gesundheitsministerium auch in Aussicht gestellt, dass wir möglicherweise schon in der zweiten Jahreshilfe mit einem Landesaktionsplan zu Drogen und Sucht rechnen können. Heute geht es aber hier im Plenum nur noch nicht um die vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit Ihrem Antrag, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion. Das werden wir in den Fachausschüssen, nämlich im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales, im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie, im Innen- und im Rechtsausschuss durchführen. Und allein an der Anzahl dieser Ausschüsse kann man schon erkennen, dass es hier wirklich eine sehr komplexe und keine einfache Materie ist, mit der wir es zu tun haben. Der Überweisung in die Ausschüsse werden wir natürlich zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen, Frau Kollegin. Bitte bleiben Sie noch einen Moment vorne. Frau Kollegin Waden, wenn Sie noch einen Moment bei uns bleiben, denn Herr Kollege Dr. Paul hat sich für die Piratenfraktion zu einer Kurzintervention gemeldet und bekommt jetzt für 90 Sekunden das Wort. Danach haben Sie, Frau Kollegin, 90 Sekunden Zeit für Ihre Antwort. Herr Kollege Paul, bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Waden, ich möchte die Kurzintervention zu einer Frage an Sie nutzen. Im Jahr 2001 hat Portugal seine Drogengesetzgebung komplett auf den Kopf gestellt. Bei den Vereinten Nationen war man dermaßen erschüttert, eine entsprechende Kommission befürchtete, da das Land ja verkehrspolitisch an so einer Schnittstelle liegt, eine erhebliche Zunagelnahme von Drogentourismus und man befürchtete, dass sich das Land in eine kiffende Hippie-Kommune verwandeln würde. 2003, 2004 hat dann dieselbe Kommission der Vereinten Nationen das Land besucht und war erstaunt über die Effekte der neuen Drogengesetzgebung in Portugal. Weniger Rückfallquote, Entkriminalisierung des Marktes, Austrocknung des Schwarzmarktes. Also ich kann an der Stelle nicht verstehen, wieso Sie hier Studien aus Deutschland anführen, die offensichtlich, was die realen Ergebnisse angeht, nicht zeitgemäß sind. Danke. Ich halte mich an die Studien, die ich kenne und aus Deutschland. Ich habe selber zwei Kinder und ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Kinder mit dieser Droge in Berührung kommen. Ich habe großen Respekt vor Menschen, die nach langem Entzug und nach großen Schwierigkeiten den Einstieg aus der Drogenszene schaffen. Und ich habe viel Kontakt zu Drogen- und Suchtberatungsstellen. Und ich weiß auch um die Gefährlichkeit dieses Stoffes. Es mag Länder geben, die es anders einschätzen, anders bewerten. Die haben aber auch eine ganz andere Struktur, als wir es hier haben. Und ich würde auch wirklich vorschlagen, dass wir diese Diskussion dann wirklich qualifiziert und auch in Ruhe im Ausschuss fortführen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Soweit Kurzintervention und deren Beantwortung. Wir fahren fort in der regulären Rednerliste. Und das bedeutet, dass ich jetzt Herrn Kollegen Möbius für die CDU-Fraktion das Wort erteile. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen beschreibt die Wirkung von Cannabiskonsum auf die Psyche wie folgt. Ich zitiere. Anstelle geordneten Denkens und logischer Schlussfolgerungen tritt häufig eine Art Scheintiefsinn. Davon scheint auch der Antrag der Piraten zur Legalisierung von Cannabis gekennzeichnet zu sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Piraten verkennen zum einen, dass eine Freigabe von Cannabis nicht nur den bisherigen Konsum legalisiert, sondern auch eine neue Nachfrage schafft. Das zeigen die Erfahrungen in den Niederlanden und anderen Ländern. Ich sage sehr deutlich, dass wir das nicht wollen. Cannabis wird vor allem von jüngeren Menschen konsumiert. Und es wäre ein fatales Signal an die Gesellschaft, wenn der Staat so tut, als wäre der Konsum des Rauschmittels schon in Ordnung. Gerade die bekannten Nebenwirkungen des Cannabiskonsums machen deutlich, dass gerade jüngere Menschen vom Konsum abgehalten werden müssen. Nebenwirkung ist beispielsweise, dass sich der Konsument den Anforderungen immer weniger gewachsen und verpflichtet fühlt und dem Alltag immer gleichgültiger gegenübersteht. Von Hirnschädigungen will ich an dieser Stelle gar nicht erst reden. Daher ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, dass die Piraten in ihrem Antrag den Cannabiskonsum als gesundheitspolitisch sinnvoll beschreiben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es sind wenige Einzelfälle, wie zum Beispiel bei Schmerzpatienten, bei denen Cannabiskonsum unter ärztlicher Aufsicht sinnvoll erscheint. Das sind aber Ausnahmefälle. Für den überwiegenden Teil der Konsumenten trifft das nicht zu. Daher bleibt es die vornehme Aufgabe des Staates, vor der Gefährlichkeit von Drogen zu warnen und den Zugang zu ihnen zu erschweren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es trifft auch nicht zu, wie die Piraten behaupten, dass eine Entlastung der Justiz zu erwarten sei. Am Ende des Verfahrens steht immer ein Staatsanwalt, der über eine Verfahrenseinstellung entscheiden muss und eine entsprechende Verfügung schreiben muss. Und noch eins verkennen die Piraten. Es ist doch keineswegs so, dass insbesondere jugendliche Erstkonsumenten bei geringen Mengen direkt vor den Kadi kommen und kriminalisiert werden. Meistens ist es doch so, dass Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende gegen Auflagen eingestellt werden. Auflagen sind zum Beispiel die verpflichtende Teilnahme an Drogenberatungsseminaren, Drogenscreenings, Drogentherapien oder die Ableistung von Sozialstunden. Dies macht auch Sinn, um den Konsumenten die Gefährlichkeit illegaler Drogen zu verdeutlichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hinsichtlich der von den Piraten geforderten Eigenbedarfsgrenze von 30 Gramm kann ich nur fragen, darf es nicht noch ein bisschen mehr sein? Fakt ist, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten der für den Drogenrausch maßgebliche THC-Gehalt in den Cannabis-Produkten massiv angestiegen ist. Deshalb müssen wir auf Drogen- und Suchtprävention setzen und alles dafür tun, dass insbesondere Jugendliche von Drogen ferngehalten werden. Denn die Realität, liebe Kolleginnen und Kollegen, zeigt doch, dass die Drogendealer meist auch andere und wesentlich gefährlichere Suchtstoffe in ihrem Angebotsportfolio bereithalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, angesichts der mit dem Drogenkonsum verbundenen Langzeitschäden in physischer und psychischer Form, die enorme Folgekosten im Gesundheitsbereich verursachen, ist vor einer Legalisierung von Cannabis nur zu warnen. Herr Kollege, entschuldigen Sie, hier ist geradezu ein rechtes Feuerwerk an Fragewünschen entbrannt. Also ich glaube nicht, dass das Thema, Herr Präsident, so wichtig ist, dass wir uns hier weiter mit diesem Thema beschäftigen. Sie, Herr Kollege, Sie, ganz bitte, bitte, Herr Kollege, entscheidet, ob er Fragen zulässt oder nicht. Er lässt sie nicht zu, damit haben Sie Ihre Wünsche jetzt erledigt. Fahren Sie bitte vor. Ja, ich bin auch am Ende der Überweisung an die Fachausschüsse, stimmen wir selbstverständlich zu, aber den Antrag lehnen wir insbesondere inhaltlich ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Ich muss Sie gleich wohl bitten, oder darf Sie bitten, nicht überraschend noch einen Moment vorne zu bleiben, weil Herr Kollege Lammler sich für die Piratenfraktion zu einer Kurzintervention gemeldet hat. Und der bekommt von mir jetzt das Wort für 90 Sekunden. Ja, Herr Kollege, vielen Dank. Ich ringe gerade so ein bisschen um Worte, denn es fällt mir wirklich schwer, so viel Falschinformation innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten. Sie sagten es eben selbst, die Menschen werden in die Hände von dubiosen Dealern getrieben, die Drogen anbieten, bei denen der Reinheitsgehalt nicht festgestellt werden kann, bei denen die Konzentration des CAC nicht festgestellt werden kann. Die Menschen machen das trotzdem, um eben an ihr Haschisch, an ihr Marihuana zu kommen. Wenn wir es schaffen würden, eine kontrollierte Abgabe, von mir aus auch mit Rezept des Hausarztes oder wie auch immer zu machen, würden wir zum einen den Schwarzmarkt und die Dealer von der Straße bringen. Wir würden dafür sorgen, dass eine gleichbleibende Qualität, eine Reinheit der Substanzen gewährleistet werden kann. Und wir müssten nicht Kinder und Jugendliche eben mit solchen Delikten kriminalisieren und für ihr Leben kennzeichnen. Herr Kollege Lammler, ich habe ja eben ausgeführt, dass es gar nicht um die Kriminalisierung von Jugendlichen in dieser Frage geht. Das habe ich ja deutlich gemacht. Die Jugendlichen werden nicht kriminalisiert. Es werden vielmehr in aller Regel Auflagen gemacht. Und Ihr Ansatz ist halt der vollkommen falsche. Und ich glaube, dass Sie hier auch ziemlich allein im ganzen Plenum stehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Soweit auch hier. Kurzintervention und Entgegnung. Und jetzt erteile ich das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herrn Kollegen Ünal. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Eingangs möchte ich feststellen, dass der Antrag der Piraten von einem falschen Annahme ausgeht, demzufolge sich die Drogenpolitik in NRW rein auf Verbote und Strafverfolgung konzentriere. Wie schon im Landeskonzept gegen Sucht NRW zum Ausdruck gebracht wird, es ist oberster Ziel Sucht- und Drogenpolitik in NRW, Maßnahmen und Angebote der Prävention, Hilfe und Entkriminalisierung gleichermaßen auszuweiten und fortzusetzen. Zu nennen sind die Angebote wie die landesweite Fachstelle Ginko, die rund 170 örtliche Drogenberatungsstellen darüber hinaus vor allem auch niedrigschwellige, zielgruppenspezifische Drogen- und Suchtangebote. Das alles zeigt, dass NRW im Grundsatz schon gut aufgestellt ist. Allerdings bleibt die Entkriminalisierung des Gebrauchs von Cannabis darüber hinaus ein sehr wichtiges Thema, das wir anpacken müssen. Ich möchte aber auch daran erinnern, vor 20 Jahren hat Bundesverfassungsgericht die Verfolgungsbehörden angewiesen, von einer Verfolgung bei gelegentlichem Eigengebrauch geringer Mengen von Cannabis-Produkten abzusehen. Dennoch läuft die Kriminalisierung natürlich bundesweit weiter. Deshalb wurde auch mit Wirkung 1. September 2011 durch die rot-grüne Landesregierung die Richtlinie zur Anwendung des § 31a Absatz 1 des Betäubungsmittelgesetzes wieder geändert und die Drogen-Eigenbedarf-Grenze bei sogenannten harten Drogen wieder auf 0,5 und bei den Cannabis und Haschisch von 6 auf 10 Gramm erhöht. Wir halten es dringend notwendig, im Rahmen der Fortentwicklung der Sucht- und Drogenpolitischen Konzepte auf eine weitergehende Entkriminalisierung von Drogenkonsumentinnen und Konsumenten hinzuwirken. Darüber hinaus bedarf es angesichts der Komplexität der Problemlager im Zusammenhang der Legalisierung von Cannabis einer differenzierten, fachlichen und möglichst ideologiefreien Debatte. Wir stimmen der Überweisung in den Fachausschuss selbstverständlich zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Unnal. Für die FDP-Fraktion erteile ich Frau Kollegin Schneider das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vor 20 Jahren hätte ich den vorliegenden Antrag zumindest in Teilen unterstützt. Aber mit der Zeit und den Jahren haben sich auch Cannabis und das Wissen darüber verändert. Der Wirkstoffgehalt ist stark schwankend und heute häufig dramatisch, dramatisch höher als in den 80ern oder 90ern. Mit der Droge hat sich auch der Konsument verändert. Das Hippie-Flower-Power-Gefühl mit dem greifenden Scheunt in geselliger Runde ist Geschichte. Der Cannabisraucher ist heute eher isoliert, zurückgezogen und raucht seinen Scheunt allein im stillen Kämmerlein. Im Extremfall wird Cannabis sogar im Eimer verbrannt, um es dann aus diesem zu inhalieren. Frau Abgeordnete, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Aber Herr Kollege Schwert von der Piratenfraktion hat den Wunsch, Ihnen eine Frage stellen zu dürfen. Wollen Sie den Wunsch erfüllen? Ich erfülle den Wunsch, Herr Präsident. Sie erfüllen den Wunsch und Herr Kollege Schwert hat zu seiner Frage das Wort. Herzlichen Dank, dass Sie das zulassen. Sie sprachen gerade von stark schwankendem Wirkstoffgehalt von Cannabis. Ist das nicht Ihres Achtens nach genau der Grund, warum man diese Droge kontrolliert abgeben sollte? Dann kann man sich nämlich auf diesen Wirkstoffgehalt verlassen. Liebe Herr Schwert, diese Frage hat ja was zugegebenermaßen. Aber so lese ich das nicht in Ihrem Antrag drin. Dann müssen Sie konkreter werden und dann müssen Sie auch, wenn Sie sagen legalisieren, was ganz groß in der Überschrift steht, dann müssen Sie auch sagen, wir thematisieren das im Justizausschuss, im Innenausschuss, aber nicht im Gesundheitsausschuss. Hier reden wir über Gesundheit, weil dieser Ausschuss ist federführend. Und als Folge dieses Cannabiskonsums drehen vermehrt schizophrene Psychosen auf. Schizophrene Psychosen, die von einer Schizophrenie selbst von Fachärzten kaum zu unterscheiden sind. Das Gefährliche daran ist, derartige Psychosen können sich bereits ab dem ersten Joint einstellen, was schwedische Wissenschaftler in einer großen Studie veröffentlichten. Diese konnten auch das häufig angeführte Argument entkräften, die psychische Erkrankung sei vorher dagewesen. Diese Arbeit aus Skandinavien belegte, die schizophrenen Psychosen traten erst nach dem Konsum von Cannabis auf. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liberale Drogen- und Suchtpolitik ruht auf den drei Säulen. Prävention, Therapie und, wo notwendig, Repression. Umfassende Information, Aufklärung und konkrete Hilfe für Gefährdete, damit es erst gar nicht zu Mitbrauch und Abhängigkeit kommt, müssen in der Sucht- und Drogenpolitik Priorität haben. Ist jemand bereits abhängig, müssen Therapie und Rehabilitation und gegebenenfalls eine Substitutionsbehandlung angeboten werden. Rehabilitationsmaßnahmen sollten in unmittelbarem Anschluss an den Entzug stattfinden. Repression sollte nur dort zum Tragen kommen, wo Prävention allein keinen Erfolg erzielen kann und vor allem dort, wo unerwünschte Folgen für andere und die Gesellschaft, wie zum Beispiel Gewalt, Kriminalität und Unfälle, verhindert werden müssen. Mit Ihrem Antrag verharmlost die Piratenfraktion das Risiko des Kiffens. Das ist ein falsches Signal an Jugendliche und Erstkonsumenten. Denn begonnen wird mit dem Suchtmittelkonsum fast immer im Jugendalter. Wir haben schon gehört, das Monitoring der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe NRW zeigt, dass Menschen, die wegen Cannabisabhängigkeit eine Beratung aufsuchen, im Schnitt im Alter von rund 15 Jahren mit dem Konsum begonnen haben. Und Suchtmittelkonsum im Jugendalter beeinträchtigt nicht nur die körperliche und geistige Entwicklung in der Pubertät, sondern wirkt sich bis ins Erwachsenenalter aus. Es ist häufig mit erheblichen Folgeschäden für den Einzelnen und die Gesellschaft verbunden. Deshalb benötigen Jugendliche besondere Hilfe und ganz besonderen Schutz. Die Kompetenzen, sich gegen gesundheitsschädliches Verhalten zu entscheiden, müssen daher hervorragend gestärkt werden. Studien belegen auch, dass insbesondere der Konsum von Cannabis bei Jugendlichen weit gefährlicher ist als bisher angenommen, mit großen Schäden bei dauerhaften Konsum. So können sich suchtbedingt Antriebslosigkeit, Aufmerksamkeitsdefizite, die Beeinträchtigung des Lernens und des Gedächtnisses, die Chancen auf eine gute Bildung und auf ein erfolgreiches eigenständiges Leben deutlich reduzieren. Frau Kollegin, es gibt einen weiteren Wunsch, Ihnen eine Zwischenfrage zu stellen von den Piraten von Herrn Kollegen Schulz. Gerne. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben mit Recht betont, dass der federführende Ausschuss der Gesundheitsausschuss ist. Und Sie betonen gerade auch in der, ich nenne es mal, Verteufelung von Cannabis und Cannabis-Produkten, die Gesundheitsgefährdung. Ist Ihnen nun bekannt und wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass jährlich weltweit 6 Millionen Menschen an dem Genuss und den Folgen des Genusses von Tabak sterben? Und ist Ihnen auch bekannt, dass, und sind Sie bereit, dies zur Kenntnis zu nehmen, dass in Deutschland 15 Prozent der 15-jährigen Jungen und Mädchen mindestens einmal pro Woche rauchen und damit natürlich auch die Statistik der Todesfälle prolongiert in Deutschland hinsichtlich der Konsumenten von Tabakprodukten erhöhen wird? Ja, Herr Schulz, das muss ich natürlich sagen. Sind wir jetzt in der Debatte über Drogenpolitik oder bearbeiten wir einen Antrag über Cannabis, den Sie hier eingereicht haben, oder bearbeiten wir einen Antrag über Tabak und über Nikotin? Da haben wir letztes Jahr, meiner Meinung nach, ein, dazu haben wir im vergangenen Jahr hier in diesem Haus einen völlig überzogenen Nichtraucherschutzgesetz verabschiedet. Und im Moment sprechen wir jetzt aber über Cannabis, und das will ich jetzt gerne weiter tun, weil Sie haben es im Gesundheitsgepackt benutzt, machen wir weiter Gesundheit. So. Die Kriminalstatistik für NRW zeigt, dass Straftaten mit Cannabisprodukten immer noch den höchsten Anteil an der Rauschgiftkriminalität in allen Deliktsbereichen haben. Der THC-Gehalt bei Cannabis schwankt, und dies bedeutet zusätzliche Risiken für die Konsumenten. Auch der Einsatz von Cannabis als Medikament ist unumstritten. Studien zeigen zwar eine positive Wirkung bei der Therapie unterschiedlichster Begleiterkrankungen und schwerer Erkrankungen, zum Beispiel bei der Überwindung der Appetitlosigkeit bei Aids oder der Reduzierung des Erbrechens bei Chemotherapien. Derzeit können Ärzte zwar bei besonders starken Beschwerden Dronabiol ein synthetisch hergestelltes Cannabisprodukt verschreiben. Die Krankenkassen sind aber nicht verpflichtet, die Behandlungskosten zu übernehmen, weil das Medikament in Deutschland nicht zugelassen ist. Sie sprechen das Thema in Ihrem Antrag zwar an, leiten daraus aber keine Forderungen ab. Ziel einer wirkungsvollen und langfristigen Drogen- und Suchtpolitik in Nordrhein-Westfalen muss es sein, den Verzicht auf illegale Drogen zu fördern. Nach den Vorstellungen der FDP-Landtagsfraktion soll dieses Ziel durch Prävention, Beratung, konkrete Hilfen und niedrigschwellige, passgenaue Ausstiegs- und Behandlungsangebote erreicht werden. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, im vergangenen Jahr trat schon, wie gesagt, in Nordrhein-Westfalen ein völlig überflüssiges und überzogenes Nichtraucherschutzgesetz in Kraft. Jetzt diskutieren wir in diesem Haus über die Freigabe von Cannabis. Ich wundere mich und bin gespannt auf die Beratungen im Ausschuss. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Schneider. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Minister Kutschaty das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Piraten, Sie werden vielleicht erstaunt sein, dass ich mich sogar darüber gefreut habe, dass Sie das Thema Drogenpolitik für sich entdeckt haben. Es war ja vor einigen Tagen schon in den Zeitungen zu lesen. Umso enttäuschter war ich allerdings, als ich dann jetzt Ihren Antrag gesehen habe für die heutige Plenarsitzung. Seien Sie sich sicher, auch das Thema Drogenpolitik ist nicht nur ein gesundheitliches Thema, sondern auch für einen Justizminister von großem Interesse, eines der wichtigen großen gesellschaftspolitischen Themen auch in unserer Zeit. Und ich werde auch nicht müde, immer wieder zu betonen, auch im Strafvollzug ist das ein ganz großes Problem. Fast jeder zweite Gefangene in Nordrhein-Westfalen ist drogenabhängig oder hat zumindest einen Drogenhintergrund. Fast jeder zehnte Gefangene in nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten wird schon substituiert. Wir sehen also, wir beschäftigen uns schon sehr intensiv mit der Frage, auch wie können wir die Menschen dazu bringen, zukünftig einen Straf-, vor allem aber auch ein drogenfreies Leben zu führen. Aber genau diese intensive Beschäftigung ist es, die, glaube ich, Ihrem Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion, fehlt. Und das Thema ist, glaube ich, auch zu komplex, um auch hier mit pauschalen Unterstellungen seitens der Piratenfraktion gegenüber der Landesregierung zu arbeiten. Sie unterstellen uns als Landesregierung, wir würden eine Politik machen, die rein auf Verbote und Strafverfolgung konzentriert. Ist genau das, meine Damen und Herren, ist schlichtweg falsch. Sie hätten sich besser, statt diesen Antrag zu schreiben, mal die Mühe gemacht, einen Blick in das Landeskonzept gegen Sucht Nordrhein-Westfalen zu werfen, was auch im Internet auf der Seite des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter leicht zu finden ist. Dann hätten Sie bemerkt, dass Ihr Vorwurf noch nicht mal dem Ansatz zutreffend ist. Und dieses Engagement der Landesregierung, allen voran von Frau Kollegin Steffens, ist auch zweifellos bundesweit führend, was dieses Thema anbelangt. Ein oberstes Ziel der Regierung hier in Nordrhein-Westfalen ist es, Maßnahmen der Prävention und Hilfe in den Vordergrund zu stellen und nicht die Strafverfolgung. Soweit Strafen ausgesprochen werden, richten sich diese vorrangig gegen den Handel mit illegalen Suchtmitteln. Auch hierbei wird dem Grundsatz Hilfe und Therapie statt Strafe Rechnung getragen. Diese Schwerpunktsetzung halte ich auch für sehr angemessen. Und hier weise ich Sie ja durchaus auch an unserer Seite. Denn Sie schreiben in Ihrem Antrag ja ausdrücklich, dass es notwendig sei, differenzierte Lösungsansätze insbesondere durch das Präventionsprinzip geleitet zu wählen und zu erarbeiten. Aber leider schließen Sie diese differenzierten Lösungsansätze in Ihrem Antrag ja schon aus. Und fordern stattdessen die pauschalste aller Lösungen, die man sich überhaupt vorstellen kann, nämlich die vollständige Legalisierung von Cannabis. Sie halten weiter fest, ich darf zitieren aus Ihrem Antrag, die Ursachen für die Drogenabhängigkeit sind so vielfältig wie die potenziell Gefährdeten selbst. Sie erkennen also selbst die Gefährdung der Menschen durch Drogen und Schlussfolgernd daraus, dass die vollständige Legalisierung von Cannabis die Lösung all dieser Probleme sei. Diese Behauptung, meine Damen und Herren, ist auch falsch. Wer meint, dass man einer Gefährdung durch Drogen, durch die Erweiterung des Angebots entgegenwirken könnte, der glaubt auch, dass man übergewichtigen Schokoladenriege geben muss, damit sie an Gewicht verlieren, meine Damen und Herren. Auch gibt es weltweit keinen Trend zur Legalisierung von Cannabis. Sie sprechen da andere Länder an. Wir haben allein 180 Staaten auf der Welt, die den Besitz und den Handel von Drogen unter Strafe stellen. Und wenn Sie hier zwei Staaten zitiert haben gerade, dann muss das noch kein richtiger Weg sein, nur weil andere Staaten in die falsche Richtung gehen. Ich bin insoweit etwas irritiert schon fast, weil ja nicht alles, was aus den USA kommt, findet ja immer unbedingt Ihre Zustimmung. Dass Sie sich darauf berufen, erstaunt uns schon sehr. Meine Damen und Herren, wir können nicht ignorieren, dass die Suchtmediziner vor dem erheblichen gesundheitlichen Gefahrenpotenzial, das ein regelmäßiger Cannabiskonsum insbesondere für junge Menschen bringt, warnen. Bei einem regelmäßigen Konsum sei mit Folgen wie Kontrollverlust und Beeinträchtigung der kognitiven und motorischen Fähigkeiten zu rechnen, folgen, die sich sowohl am Arbeitsplatz als auch an der Innenbereich der Teilnahme im Straßenverkehr verheerend auswirken können. Und ebenso wird vor einem erhöhten Risiko der Entwicklung von Psychosen gewarnt. Ich bin deswegen der festen Überzeugung, dass unser gewählter Weg, in erster Linie präventiv tätig zu werden, auch tatsächlich der richtige Weg ist. Unerlässlich allerdings, meine Damen und Herren, erscheint mir aus meiner Perspektive heraus eine Strafverfolgung hingegen dort, wo nicht Konsum und Abhängigkeit im Vordergrund stehen, sondern mit Cannabis Handel getrieben wird, wo also andere, insbesondere junge Menschen, zum Drogengebrauch verleitet werden und die eigennützige illegale Gewinnmaximierung auf Kosten der Gesundheit Dritter im Mittelpunkt steht. Deswegen ist es notwendig, dass wir neben einem präventionsorientierten Drogen- und suchtpolitischen Gesamtkonzept auch noch flankierend repressive Maßnahmen weiterhin brauchen. Aber das können wir ja insgesamt noch in den verschiedensten Fachausschüssen in den nächsten Wochen und Monaten diskutieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich noch einmal Frau Kollegin Hanses zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich empfehle in der Diskussion um Sucht und Drogen und den strafrechtlichen Umgang damit einen klaren Kopf. Weder die rein ideologisch begründete Forderung nach Repression und Strafe, wie wir sie seit Jahrzehnten von der CDU kennen, hilft da weiter, noch eine verklärte Verharmlosung, wie er im Piratenantrag anklingt, hilft Suchterkrankten. Liebe Piraten, Sie bleiben leider in der Beliebigkeit. In Ihrem Antrag sprechen Sie von 30 Gramm für die Eigenbedarfsgrenzen. Jetzt in Ihrer Rede, Herr Lammler, wurden da immer wieder neue Zahlen in den Raum geworfen. Das halten wir für nicht besonders konsistent. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1994 wurde angesprochen, das eine einheitliche Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften fordert. Da sind wir in Nordrhein-Westfalen seit 2011 auf einem guten Weg. Mittlerweile haben sich die Länder sehr weit angeglichen. Wir waren da, als wir 2011 das geändert haben im Mittel. Viele Länder sind dem jetzt gefolgt und sind jetzt bei der 10-Gramm-Grenze für den Eigenbedarf. Dies gilt jedoch nicht für Jugendliche. Denn Jugendliche sind davon ausgenommen, weil eben daran wird der Unterschied deutlich. Das Jugendgerichtsgesetz hat eben eindeutig einen Erziehungsauftrag im Gegensatz zum Strafrecht. Und das ist aus unserer Sicht eben auch das, was hilft. Wir haben keine drogen- und suchtfreie Gesellschaft. Und wir wollen aber auch keine Gesellschaft, wie Sie sie beschrieben haben, diese Einschätzung, wie Sie unser Strafrecht und unsere Gesellschaft beschrieben haben, nach Repression, die sehen wir nicht. Wir haben sehr gute präventive Ansätze. Wir haben ein Landeskonzept Sucht und Prävention. Wir brauchen Einzelfallhilfe, Information. Ich möchte an der Stelle noch mal das Projekt FRED nennen, Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, das eben bei der Reflexion beim Erstkonsum Jugendlichen hilft, die Haltung zu überdenken. Und da kommen wir sicher weiter. Sie hatten die 122 Rechtsprofessoren in den Fächern Strafrecht und Kriminologie angesprochen. Die Diskussion finden wir in der Tat sehr spannend. Wir finden, Nordrhein-Westfalen nutzt die landesrechtlichen Spielräume sehr gut. Wir sind gut aufgestellt. Und die Diskussion gesellschaftlich, politisch und im Bund sollte weitergeführt werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Vielen Dank, Frau Kollegin Handels. Bleiben Sie bitte noch mal vorne. Zum einen hat sich Herr Kollege Lammler von der Piratenfraktion zu einer Kurzintervention gemeldet. Vorher hatte, kurz vor Schluss Ihrer Rede, Herr Kollege Düngel, sich noch eingedrückt. Wollen Sie den Wunsch, Ihre Frage stellen zu dürfen, aufrechterhalten, Herr Kollege? Sehr gerne. Frau Kollegin Hanses, wollen Sie die Frage noch zulassen? Dann nehmen Sie die erst und dann die Kurzintervention. Herr Düngel, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Hanses, dass ich die Frage noch stellen kann. Ich habe jetzt Ihnen und auch dem Kollegen Ünal vorhin gut zugehört und würde gerne eigentlich noch mal auf eine recht konkrete Frage eine sehr konkrete Antwort bekommen. Bleibt es so bei einer grünen Grundhaltung, dass weiche Drogen wie zum Beispiel Cannabis zu legalisieren sind? Sie kennen sicherlich unser Wahlprogramm im Bund. Das Betäubungsmittelgesetz ist ein Bundesgesetz. Das haben wir hier jetzt nicht zu regeln. Aber selbstverständlich wollen wir zu einer anderen Drogenpolitik kommen in Deutschland. Keine Frage. Aber wir gehen in Nordrhein-Westfalen hervorragende erste Schritte. Und ich finde die Zusammenarbeit zwischen der Gesundheitsministerin und dem Justizminister an der Stelle vorbildlich. Da können andere Länder sich wirklich eine Scheibe von abschneiden. Und ich finde schwierig, wie hier in der Diskussion immer wieder verschiedene Drogen oder Suchtmittel miteinander verglichen werden. Was denn nun schlimmer sei oder weniger schlimm, das finde ich gefährlich. Ich finde gerade Jugendliche, Herr Kollege, Sie sind auch jugendpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion, gerade Jugendliche haben es verdient, dass wir ihnen etwas Besseres anbieten als Sucht und Drogen. Dass wir ihnen bessere Möglichkeiten aufzeigen. Dass wir ihnen Handlungsalternativen bieten und dass sie einen klaren Kopf behalten können, wenn sie es wollen. Vielen Dank. Soweit Frage und Verantwortung. Und jetzt hat Herr Lammler das Wort für bis zu 90 Sekunden. Und dann Frau Kollegin Hanses für Ihre Antwort. Bitte. Ja, Frau Hanses, vielen Dank. Und Entschuldigung, dass ich Sie da jetzt noch eine Weile vorne halte. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Ihrem Redebeitrag und ein bisschen enttäuscht von dem Redebeitrag Ihres grünen Kollegen. Und grundsätzlich bin ich enttäuscht als ehemaliger Grünwähler von der Grünen Partei. Denn Sie sagten schon selbst, Sie haben seit Jahren die Möglichkeit, diese Missstände zu ändern. Und das Thema Suchtpolitik und das Thema Freigabe von Cannabis ist ein urgrünes Thema. Und jedes Mal, wenn Sie die Möglichkeit haben, etwas zu ändern, machen Sie es einfach nicht, sondern knicken einfach unter dem Druck des großen Koalitionspartnern, in der Regel der SPD, ein. Und das finde ich nicht nur ich sehr enttäuschend, sondern auch viele, viele Wähler da draußen. Ich erkläre Ihnen nochmals, wer in den letzten Jahrzehnten wann welche Bundesregierung gestellt hat. Und dann gehen wir das noch einmal durch. Sehr gerne, Herr Lammler. Danke. Das war ich mir. Eine kurze Antwort auf die Kurzintervention. Aber auch die ist selbstverständlich im Ermessen des Redners möglich. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen zu diesem Debattenpunkt liegen mir nicht vor. Aber somit schließe ich die Aussprache und leite über zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags, Drucksache 5478, an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales federführend, an den Innenausschuss, an den Rechtsausschuss sowie an den Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer möchte dieser Überweisungsempfehlung zustimmen, denn darf ich um das Handzeichen bitten. Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen oder Enthaltungen? Das ist jeweils nicht der Fall. Damit ist diese Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank.